Kein getunt ist das auch noch? Doch, den habe ich ausgetunt, den hier. Ich nicht. Ich schon mit wieder. Ich auch nicht. Ich guck mal, ob ich die auch ungetunt kriegen kann. Meistens ist es ja nicht so. Mal gucken, ob gleich ein Kommentar wieder kommt. Ha! Ich hab wieder meinen. Es kommt diesmal kein Kommentar? Nö. Ist mir zu mühsam. Ob das richtig ist? Bestimmt nicht. Ja. Was denn? Probier dich doch mal. Ups. Fang mich! Nein! Oh, wer hat denn diese Kante da so beschissen gebaut, Alter? Ich dich. Oh, und wieder zum Anfang. Na, ist doch toll. Na, ist doch toll. Ja. Weil eigentlich bin ich in die Farbe, Frank. Ach so. Ist aber die Schande mittlerweile. Wo muss man denn nur hin? Alter, hoch. In dem Looping und in den Looping fällst du ins Tor. Verschneiden. Äh, Sascha. Alter! Genau da hoch, Frank. Was? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Alter. Ich glaube, ich mach hier Fehler. Oh, Alter! Nein, nein! Oh Gott, ey, ich hab' dich nicht gegönnt. Nee, hätt' ich nicht. Noch hätt' ich. Nee, hätt' ich. Noch hätt' ich. Frank hat selbst Pott begangen. Ja, ja. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Wirklich? Ja, es gibt Sachen, die sind unnötig, bei denen der Bauer hier. Wie das hier zum Beispiel? Ja, so wie die erste Strecke, die wir vorhin fahren. Hier hättest du dabei sein müssen. Ich glaube, so viel Flugzeit mehr geht hier auch noch nie. Na, sag mal! Alter, wie lange, wie weit ich denn das noch? Geht nur noch weiter. Nein! Oh, Zugriff war da ein Punkt. Nein, es war kein Punkt! Was? Danke für die Information, Basti. Dinge manchmal so Spiche auf die Zunge, die ich einfach nicht bringen kann. Sag es doch einfach mal! Nein, nein, nein. Sag es doch einfach! Auch ich habe irgendwo Respekt vor irgendwas. Aha. Schlimmer kann nicht mehr werden, dieses Jahr. Sicher? Ja. Ich meine, wenn ich sage, deine Mutter? Nö. Okay. Boah, jetzt verspiele ich wieder alles, Alter. Das kann man nicht hocken, Basti. Ja, ist aber trotzdem noch gar nicht. Um dir zu erklären auf meinen Status, falls du noch nicht gesehen hast, wir haben schon wieder eine Todesweiterfamilie gehabt. Nein, du, ich achte mittlerweile lange nicht mehr auf sowas, also nicht weil... Alter, ich warne dich, Alter, ich warne dich hart. Was ist das? Äh, manchmal über-click ich gehe einfach nur. Na, ich sag's ja nur, falls du wieder fragen solltest mal. Wer ist denn diesmal? Mein Opa. Oh, mein Beileid. Oh, pfff, kann dich nicht. Boah, der erzählt ist doch nicht so! Naja, wir haben schon wieder so ein Todeshalb-Uz in der Familie gehabt. Ja, da... Was hat mein Vater... Also... Ja... Vater vom Altvater diesmal. Was hat er gesagt, äh... Ist halt nur Scheiße wegen dieses Jahr, was alles passiert ist. Ah, diesmal setzt da kein Punkt hier hin, der ist jetzt spaßt oder was? Wo ist denn du jetzt? Mit dem letzten Looping rum. Mit dem letzten Looping? Ach so, da oben auf der Plattform. Nein. Laut Frank ist das kein Looping. Laut Frank ist das kein Looping. Ne Spirale ist auch kein Looping, Mike. Gebehindert ist das denn schon wieder, Alter. Nein! Wie schockt. Wie schockt. Wie schockt. Wie schockt. wie soll das denn bitte gehen, Alter. Das geht. Was denn? ich bin einfach von der grünen in die nächste gesprungen information muss hier vor der halbe die halbe röhre ausspringen wenn die hälfte von jungen da komme ich ja noch nicht mal nach oben wie soll ich denn nach ungefähr drei viertel musst du rausspringen über der hälfte rausgesprungen ich komme nicht mal anders ja muss ich aber rückwärts richtig das ist ja aussieht das ist ja aussieht wo macht das Sinn ach nein so nicht habe ich gesagt also rückwärts sind ja aussieht das geht ja noch wie soll ich jetzt in die röhre kommen ich auch nicht das geschafft wird jetzt ernsthaft hier ja los wir verarschen und wo ist die frank ich schubst die jetzt an ist mir ja nein der rollt schon warte alter rechts nicht man da vorwärts hochfahren kann ich schubst die jetzt im das ich 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 Was denn, da war ein Speed? Ach was. Ich war davon aus, dass mich hast du gerade so gemacht, was? Nö. Okay. Ich bin zu weit gesprungen. Könnt ihr sagen, soll ich nicht so schnell? Nö. Okay. Ernsthaft? Ach komm, hör doch auf! Mutter! Aha. Ja, machen. noch alter gleich bin ich wie er letzt sollte wie nene würde der krieg nicht hin warum geht es gar nicht fall jetzt mal die kurven hier runter wo es einfach easy ist nach rückwärts fahren ja hat noch auf der einen karte auch schon mal passiert wenn er sich dabei nicht dabei da war es vorbei die haben nicht beendet auf dieser karte wo wir gefahren alle drei warst du bei mich da hat nur basti die karte wenn wir beide nicht nein jetzt bin ich doch schon wieder runter gefallen was quatsch ich mit dir überhaupt ja jetzt habe ich wieder vorne an war nicht nett übrigens ja hallo was die erste schlampe bezeichnet du dich hast du nein du hast du bist noch mal so ein schlumpf hast du gesagt doch hast du gesagt da gesagt ist einmal so kannst du weglassen es ging um reinkommen doch ach basti habe ich schon überholt ich bin schon der letzte alter ist schon wieder knochenbrechen oder wie ich reinkommen ja egal mike du erinnerst dich sowieso nicht mehr länger als zwei minuten ja das ist richtig roh alter jetzt fall ich schon wieder und wie beim quatschen mit mike hör doch auf mann ich bin schon viel zu warm hier in der bude alter wird er nie halt zum oben was hast du eigentlich schon in den klatschen gekriegt was frank von wem denn von seiner frau weil weil er sich aufregt heute kriegt er einen geklatscht aber der redet grad nicht mit mir ich hab das schon in den gekriegt man sagt es dir bloß nicht ich stehe gerade nein habe ich nicht jetzt habe ich weiter die soße ist ja ein bisschen geil auch nur ein bisschen schmeckt bestimmt auch zu buletten das ist aber keine currywurst das ist currybulette und hier sind wir so eine schwarzen dünnen teile für dich ich denke du kannst es nicht hin mit dem rückwärts fahren mike aber ich doch schon ja lappen alter dafür soll eine runterfallen verstehst du und denn so kommen dafür sorgen wir das mach ja auch nur nicht ich habe nicht gefragt warum mit der rückwärts draufstehen das weiß ich schon warum der rückwärts draufsteht aber ich weiß nicht ob ich den wagen gebremst kriege aber nicht bei zwei dingen den ersten hätte ich gebremst gekriegt das geht aber noch das ist einfach hier mit dem rückwärts fahren ja ich hänge total einfach ich bin oben okay nein ach so mal weg weil wir die wege schon breit sind nein nein doch ich habe zu viel gas gegeben boah Basti alter du bist mir doch mal so klein die du vorgegen die bin ich untergefallen Basti jetzt geht da wer mit mir pssst ok nein mann was machst du denn hier wer das Auto von mir wenn ich jetzt Gas gebe schwein er hat nicht ausgelöst pssst hetzt mich nicht hetzt mich nicht hättest du nicht einfach ein stück rückwärts fahren können bin ich doch vorwärts anstatt vorwärts nein komm heran du 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 Alter, wie spawnt er mich denn hier? Ja, späschte ich sie Nein! Brems! Alter, warum bin ich auf einmal viel zu schnell, wenn ich hochfahre? Was ist das denn jetzt auf einmal? Oh, Herr Leider! Oh Gott, ey! Ach, man kann doch nicht! So, nein, er redet ja nicht gern mit mir! Ich dachte, ihr wollt mir reden! Los, fahr! Ah, Lampe! Lampe! Danke! Alte Schwäche! Ah! Du, dann scheint ja wohl auch, ne? Nein, 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 nein! Ich hoffe, du fällst mit runter! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich konnte mich fast noch halten! Hör auf! 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 Nimm doch nicht so viel Schwung, Alter. Wenn du keinen Schwung brauchst, hat das Autoschwung. Außenschwung hat das keinen Schwung. Basti, wenn du auf Rang warten willst, musst du da stehen bleiben. Du springst im Dings rein. Ah, bist du aber nicht mal annähernd. Ich weiß, warum du das mit den Rampenmengen gekriegt hast, Mike. Weil? So breit wie die Dinger sind, wo drauf landen muss, ist das doch kein Problem. Ja, aber sonst hatte ich auch immer Probleme gehabt. Ja, aber wenn das schmale sind, ist das ja viel, viel schwerer, als wenn das so breiten sind, wo das Auto mal locker drauf wenden kann. Ja, aber auch das runter habe ich immer Probleme gehabt. War doch eine gute Tat mit dem Finger abbrechen, verstehst du? Aha, soll ich die nochmal abbrechen? Nein. Auf gar keinen Fall. Ja, du bist ja doch der Arne da, oder? Nein! Oh, komm. Ach doch, ich gucke Frank gerade zu. Ey, ich dachte, Basti ist Zweiter. Ich habe wieder ab sich gesagt, dass Basti Zweiter ist. So. Dann halt du, Frank, wer die gelbe Rampe da ist. Wer die gelbe Rampe? Ach da, die raus aufs Meer geht, meinst du, ne? Von dem letzten Reifen, ne? Ja. Ja, dann fahre ich bis zum letzten, warte ich auf der Rampe und dann. Wenn du unten an der Rampe stehst, der Schwung reicht dann aber auch. Also mir hat er gereicht. Aber mir würde auch reichen, weil mein Auto fährt ja ein bisschen schneller an. Ist das getunt? Was? Nein. Was? Was? So? Die Dragon ist riesig. So? ich habe es geschafft Jetzt hättest du sagen, wir sind unverdient Ja, gut, dann ist es halt so Ah Ja, was sollt ihr gegen jetzt machen, Mike? Denn wie hättest du dich aufgeregt wieder? Ja, hätt ich mich kurz aufgeregt Es war jetzt doch nur nicht gerade so unfair Ich hätte ja auch sein können Ich habe nur mal geriesponnt Vielleicht wäre ich auch reingeflogen eben gerade Aber der Gute hat gewonnen Lack an dem Spruch gerade